Ich spiele das Piano-Akkordeon. Das erste Mal findet man das Wort Akkordeon in einem Patent aus dem Jahr 1829 von dem Instrumentenbauer Demian aus Wien. Und zwar war das ein kleines und ziemlich günstiges Instrument, das deswegen gut auch auf Pilgerreisen mitgenommen werden konnte. Das hat aber mit dem heutigen Akkordeon relativ wenig zu tun, weil es viel weniger Töne hat. Das Akkordeon heißt Akkordeon wegen seiner Bassseite. Es gibt zwei Arten von Basstönen oder Bassknöpfen. Einmal den Rundbass. Wenn man diesen Knopf drückt, kommt nur ein tiefer Basston. Aber dann gibt es auch noch den Akkordbass. Und wenn man auf diesen Knopf drückt, beziehungsweise auf einen dieser Knöpfe, kommt ein ganzer Akkord. Und durch diesen Akkord heißt das Akkordeon Akkordeon. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass das Akkordeon von innen aus ganz vielen Holzmundharmonikas besteht. Diese sogenannten Stimmstücke besitzen kleine Stimmzungen, die, wenn sie mit Luft in Berührung kommen, in Schwingung gesetzt werden. Und dadurch entsteht ein Ton. Wenn ich also bei meinem Akkordeon eine Taste oder einen Knopf drücke, öffne ich so eine Klappe. Wenn ich dann noch am Balk ziehe oder drücke, dann kommt Luft in das Akkordeon und bringt die Zunge ins Schwingen. Bei dem Akkordeon ist es so, dass zwei Stimmzungen gleichzeitig in Schwingung gesetzt werden. Die eine Stimmzunge davon ist ein bisschen höher gestimmt als die andere. Und deswegen kommt da dieser typische schwingende Akkordeonsound. Der Tonumfang ist von der Größe und der Bauweise des Akkordeons abhängig. Die Akkordeongröße wird nach der Anzahl der Bassknöpfe betitelt. Bei einem 120-Bass-Akkordeon gibt es einen Tonumfang von klein geschriebenem F bis zum drei gestrichenen A. Das bedeutet, dass es auf der diskanten Seite 41 Tasten gibt. Allerdings hat das Akkordeon auch noch Register. Das kann man sich ungefähr wie bei einer Orgel vorstellen. Das 16-Fuß-Register ist dafür da, dass man eine Oktave runterspielen kann. Und das 4-Fuß-Register, da kommt man eine Oktave höher. Insgesamt hat so ein Akkordeon, so ein 120-Bass-Akkordeon, also einen Tonumfang vom großgeschriebenen F bis zum viergestrichenen A. Die linke Hand wird im Bassschlüssel notiert und die rechte im Violinschlüssel. Das Akkordeon in Gruppen einzuteilen ist relativ schwierig, weil es so viele unterschiedliche Varianten dieses Instruments gibt. Grob gesagt kann man das aber unterscheiden in wechseltönige und gleichtönige Instrumente. Wechseltönige Akkordeons oder auch diatonische Akkordeons. Bei denen ist das so, dass beim Ziehen und Drücken des Bikes unterschiedliche Töne erklingen. Dagegen beim eintönigen Akkordeon oder auch chromatischem Akkordeon, da erklingt der gleiche Ton, egal ob ich ziehe oder drücke. Das gleichtönige Akkordeon kann man unterscheiden zwischen Knopf-Akkordeon und Piano-Akkordeon. Die bekommen ihren Namen durch den Discant, also die rechte Seite, je nachdem, ob sie aus Knöpfen besteht oder aus einer Klaviatur. Wenn man mal so ein bisschen Lust hat zu träumen oder ein bisschen in andere Welten zu verschwinden, da kann ich das Lied Flight von dem London Akkordeon Orchestra empfehlen. Außerdem einer meiner Lieblinge ist ein etwas konzertanteres Stück, Tetraeda von Hans-Günter Kölz. Aber ich finde, wenn man sich dem Akkordeon nähert, dann sollte man sich auch mit dem Tango beschäftigen. Und ein unter Akkordeonspielern, aber auch darüber hinaus sehr bekanntes Stück, ist der Lieber Tango von Piazzolla. Nach der Grundschule bin ich auf die Realschule gewechselt, und zwar auf die Erich-Klauselmer-Schule hier in Herbden. Und bei der ist das so, dass jedes Kind ein Instrument lernen muss. Eine Freundin von mir ist bereits auf diese Schule gegangen und hat Saxophon gespielt. Ich wusste zwar nicht genau welches, aber ich wusste, dass ich auch Saxophon spielen wollte. Und bei uns kleinen Pupsis war nur die Wahl zwischen Alt- und Tenorsaxophon. Und weil ich schon immer tiefe Instrumente sehr gerne mag, habe ich mich damals für das Tenorsaxophon entschieden. Also komischerweise kamen bei mir in den letzten Tagen immer wieder die Trompete auf. Ich weiß auch nicht, woher diese Gedanken kommen, weil eigentlich stehe ich ja eher auf, im Vergleich dazu, etwas größere Instrumente. Aber bei mir ist es halt auch so, wenn ich ein Instrument sehe und nicht weiß, was ich damit anfangen soll, da kribbelt es mir schon ein bisschen in den Finger. Und das ist bei Trompete halt auch so. Ich weiß auch nicht. Man soll ja alles schon mal ausprobiert haben. Ich hätte eigentlich Tutti gesagt, aber ich werde selbstbewusster. Oh, Moll. Polka. Oh, Socken. Mit. Ei. War es zu schnell? Big Band. Oh, das ist gemein. Tina. Oh, ich glaube Tina. Rathuhe. Oh, nee. So, kacke. Ich bin der deutschen Sprache würdig. Bist du auch. Oh, ich pepper og. Oh, ich sage. Oh, ich habe euch. Aufmerksam. Oh. Oh.